Und los geht's. Ey, Party People, willkommen zurück zu The Evil Within 2 Part 2 und wir springen direkt in die Sequenz. Ich bin auch da, hallo. Oh no. Oh no. Sie brach es. Lilly, was ist falsch? Oh, sie ist wirklich kürt. Sag ich doch. Und warum du nicht? Müsste auch ich machen. Oh, fuck. Oh, it's blurry. What is happening? Ja, das ist doch wieder irgendwas. Er ist in den Spiegel gegangen. Was ist denn das dann? Eine Erinnerung? Scheint so. Boah, sogar ihre Augen haben sich bewegt, während sie geguckt hat. Cool. Oh, na schleimer du. Sie sieht so alt. Sie auch. Ich bin zu hart. Ja. Es macht dich delirisch. Are you sure you're not coming down with something? Yikes. Yikes. Voll gemein. Er sagt, oh, ich bin so glücklich wegen meiner Familie. So, hast du Drogen genommen? Du arbeitest so viel. Sebastian. The fuck is wrong with you? Oh. Okay. Okay. Okay, wir sind von da gekommen, denke ich. Ja. Jetzt müssen wir uns umdrehen. Oder auch nicht. Ich hoffe, es ist nicht so schwer wie bei Project Zero. Ist das die richtige? I don't know. I don't know. Ich weiß nicht mal, wo wir sind. Ich weiß nicht mal, worum es geht. Ich habe keinen der Texte vorher gelesen. Ja, das ist doof. Wir suchen nach Lily. Das ist das. Ja, und wir müssen nicht auch. Lily und Frau sind tot. Oh, gut. Nein, Frau ist nicht tot. Ach so, nur Lily. Angeblich. Oder sie ist irgendwo da drin. Oh, kennst du diese Seiltänzerin, die immer an solchen Dingern immer richtig Respekt vor denen war? Wenn die sich so einrollen und dann so. Ah, da ist meine Aufdauerleiste. Und dann so runterrollen. Oh, ist das. Ih, guck mal bitte. Ja, der Boden ist. Er dreht sich voll doof. Nee, er dreht sich so mega doof. X. Ach so. Wow, da hinten, was passiert da? Keine Ahnung. Ach so, das ist nur Staub. Na, nee, der Vorhang ist ja hoch. Ach so, du weißt. Ja, aber dahinter. Ah, nee, es ist der Vorhang. Wop. Wop. Dirty Glasses or what? Äh, ja. Actually, wenn ich nicht auf Arbeit bin, dann werden meine Brille immer so dreckig. Äh. Soll ich mein Knie mitmachen? Kass, ein Bild von einer Tür. Ich glaube, ist das nicht ein Spiel? Nee, ist ein Bild. Okay, sollen wir das jetzt anfassen? Okay, das weißt du. Wait. What happened? Das ist so abfuck. Das erinnert mich so ein bisschen an... Layers of Fear? Ah, ja, tatsächlich. Da rechts, äh, da links geht lang. Nee, ich muss durch die Tür. To William Baker? What the fuck? Geh da mal durch. Ja. Wait. I already don't like that shit. Cool. Oh my God. Okay, zu Baker. Wer war Baker? Baker war der Anführer. Den müssen wir finden. Ja. Hi. Hi. Oh, ich hab eine. Oh, ich hab eine Tasche noch bei meiner Brust? Nee. Oh nein, in deinem Gürtel. Okay. Hallo? Ist zu. Hallo? Ist zu. Ist zu. Da ist Water, oder? Nein, ich glaub, es ist einfach nur dreckig. Es sieht wegen den Schatten, glaub ich, so aus. Ah, ja, Schatten. Hallo? Ist das eine weiße Tür? Ist das Klo? Okay. Hallo? Oh, die kann ich öffnen. Ja, ich glaube, nur wenn da öffnen steht, kannst du sie auch tatsächlich öffnen. Wollt trotzdem gegenlaufen. Okay. Aha. Okay, Fotos von Augen. What the fuck? Ist nur eins. Nee, da links war auch eins. Was zur Hölle? Oh, das hab ich auch irgendwo schon mal gesehen. Oh no, ist das Baker? Ja, oh, Baker dead. What the? Oh, da stinks Gehirn, machst du durch die Gegend. Untersuchung. What the fuck, are you touching the blood now? No, I can go inside. No. Hä? Doch. Oder? What the fuck is the shit? Oh. Oh Gott, I can go inside. Wow. Drugs. Und jetzt? Ei. Ach so. Okay, untersuchen. Ja. Ach, ich finde ja die Dichte. Oh, Ida. Kommt. Oh. Ja. Oh. Sieht aus wie so eine Blume, die aufgeht. Das macht so, macht eine Patrone so einen Schaden? Ja, klar. I don't know. Ich hab noch niemals eine Bullet abgefangen. Entschuldigung. Krass. Ja, klar. Es ist ja schon ein ganz schönes Wumms dahinter. Und eine Kamera. Kann ich die auch? Ja, kann ich. Ja. Aber was sollen wir da sehen? Nichts, sondern wir nur die, sein Tod ist festgehalten, okay? Why? Okay, interesting. Okay. Weiter. Guck mal, ob du da hinten irgendwo an die Schränke oder so gehen kannst. Ach so, hier wird Musik gespielt? Okay, okay, okay. Ah, hier geht's weiter. Okay, okay. Ja, okay. He dead. Ja, he dead. So. So. Erinnert man nicht so, seit dem Laufen? Läuft so gebückt? Macht mich voll wahnsinnig. Als hättest du die beste Körperhaltung hier. Nö, nö. Nö, nö, mich nicht. Ähm, erstmal ins Rotlicht, Mühel. Ja. Da bist du Gärtenlampe. Ich glaub, das ist hier so für Entwickeln von Fotos oder so. Da hängt eine Hand. Baker, Anführer des Suchteams. Er war in der Zeit eingefroren, als ich ihn fand. Das muss von der Kamera direkt neben ihm aufgenommen worden sein. Aber, wie ist so etwas überhaupt möglich? Umdrehen. Ah. Nichts drauf. Nichts drauf. Okay. By the way, ich glaub, da hängt eine Hand. Ah, nee, Handschuhe. Close enough. Ja, aus der Perspektive, in der ich... Ich hab mal auf, meine Taschenlampe immer wieder rauszumachen. Es ist wahrscheinlich so eine dunkle Kammer gewesen. Ach so, hier wäre auch nochmal langgegangen. Okay, interessant. Ähm, da geht's nicht weiter. Das kannst du da rechts, glaub ich, noch lang. Oh. It's a mess! Nee, es ist, ähm, ja. Es ist offensichtlich, dass das... Muss ich festhalten, oder macht das von alleine? Nee, ich glaub, er macht's von alleine. Oh. Okay. Drück! Anstatt du weiterschieb. Okay, ich dachte, der wollte sich jetzt da durchziehen. Mhm, mhm, mhm. Da hinten wiggelt Licht. Wo, was, wie? Wiggelt? Ach, die Kamera. Ja, es ist mal heller und mal dunkel. Also es flackert. Plink, 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 plink. Da lang? Ich hab jetzt, äh, letztens die, unsere letzte Aufnahme... Weißt du wahrscheinlich zu, aber ich guck trotzdem. ...gehört, geguckt. Äh, also unsere letzte Episode, die jetzt online war. Und man hätte echt einen Timer setzen sollen, für wie oft ich das Wort Wiggle benutzt habe. Wiggle, wiggle, wiggle. Ich finde, das ist halt ein süßes Wort. Wiggle. Telefon! Telefon! Manuela Roberto. Oh, ich kann hier nicht rein. Wo ist Telefon? Try and, try to find the phone. Achso, ja. Telefon! Boah, der läuft voll merkwürdig. Sag ich doch. It stopped, right? Yeah, it stopped. Yeah, it stopped. Alter, meine, meine Ausdauer wäre auf jeden Fall schneller runtergegangen, wenn ich da so schnell die Treppen hochgelaufen wäre. Okay, das wird lustig in Kämpfen oder so ducken. Hier ist die Tür auch geblockt. Oh, nee, ich kann den. Ah, nee. Da liegt was. Information. 2 von 40. Ah. Herzlichen Glückwunsch, Wahrheitssuchender. Danke für die Teilnahme an unserem Test der spirituellen Klarheit. Wir freuen uns, Sie auf der nächsten Wissensstufe willkommen zu heißen. Melden Sie sich bitte mit diesem Brief beim nächstgelegenen Mu-Zenter. Um von Bewerberaufprobe zum Mu-Schüler aufzusteigen. Dieser Brief garantiert Ihnen eine erhabene Position bei der nächsten Reinigungszeremonie. Handschriftlich auf der Rückseite. Lügen, alles lügen. Lügen. Alles lügen. Lies. Oh, lies. Oh, ich kann ranzoomen? Oh, didn't know that. Now I know. Now you know. Whatever. Okay, that's it. Was ist da? Grand Hotel? Probably. Grand Dick? Oh, papply. Kann ich auch rennen und? Nee. Oh, okay. Entschuldigung. He's like, oh Gott, oh, stopp, oh, oh, goddammit. Run, run, boy, run. The war is not meant for you. What the hell? Ich mach mich voll aggressiv, dass er so läuft, wie er läuft. Mir macht's aggressiv, wie ich... Wow. What the fuck? Okay. Das sieht ja einladend aus. Yeah, we should totally go in there. Hello. Hello. Oh, nein, auch nicht. Hey, hast du die Form be... Die Form bewegt sich. Yep. Could you fucking not do that, please? Hello. Das ist voll rot da. Hello. Oh, du... Ich hab überhaupt keine Ahnung, worum es... Ich auch nicht. Oh, ich dachte, da wäre was gejoggt. Aber... Ey, da, drüber, da, drüber, da, drüber, da, drüber, da, drüber, da, drüber, da, drüber. Oh, Vorhänge, never mind. Vorhänge, man, chill mal deine Base. Nee, ich warte darauf, dass dir mal was passiert. Ja, das ist noch Intro hier, weißt du doch. Ja, wie lang denn noch? Oh, es passiert was. Oh, finally. Ich wette, der wird jetzt erschossen. Oh, what the fuck? Bist du da jetzt von den Rand? Ja, nee, er von selber. And he did. Oh. Ah, er ist das. Sehr witzig. Idiot. Who was that shit? Halten, R1 gedrückt, in Deckung gehen, wenn das Deckungssymbol... Okay. Das Deckungs... Oh, in Deckung entlanglaufen, ja, okay. Bewege dich mit L in die angezeigte Richtung, um die Ecke... Okay. I guess, okay. Ich glaube, jetzt musst du zurück. Geh weiter. Oh, weiter. Girl, du sollst dahinter. Los, geh nach... Oh, my God, girl. Make me angry. Sorry. Ich spiele das zum ersten Mal. Leck mich. Warte, läuft er rum? Oh. Ja, geh weiter. Oh, oh. Oh. Okay. Never mind. Oh. I don't know. He's a... He's a magician. Aber voll eklig. Er hat ihn ja nicht nur erstocken, er hat das Messer ja so hochgezogen. Ja, man sieht's da. Ah, ich kann ja rein. Untersuch. Der Anführer des Teams. Ja, da so. Oh, I, oder? Glaubst du, das Blut spritzt wirklich so, wenn man das macht? I don't know. Never tried it. Ich meine, ich kann, äh, Fallout ist, okay, der kann ich nicht beurteilen. Ich hab ne Mod, die noch mehr Blut spritzen lässt. Naja. Ne, ich hab jetzt, äh, witziger... Oh, ich dachte, da steht jemand. Ne. What the fuck? Äh, ich war jetzt... Gestern... Oh. Oder... Doch, gestern war ich einkaufen. Are they following me? I gotta find a way out of here. No, ja, erzähl weiter. Äh, war ich einkaufen und durch eine zufällige Fügung musste ich nochmal zurück und hab dann eine Abkürzung genommen bei Kaufland und bin an dem, an diesem, dieser Grabelkiste mit den, äh, mit der Mangelware. War da grad was Gruseliges? Äh, da lag ein Körper auf dem Boden, der reingezogen wurde und die Tür hat sich geschlossen. Geh mir doch mal rein. Hab's nicht gesehen. Äh, auf jeden Fall, ähm... Erzähl. Diese Grabelkiste, wo man halt diese Bücher mit Mängeln findet, die immer so ein bisschen reduzierter sind. Und ich hab da so ein bisschen durchgewühlt und hab dann ein Buch von, äh, von Zukosch gefunden. Halt der Rechtsmediziner-Chef hier. Entschuldigung, aber da sind Geräusche. Ja? Chefmediziner? Der, äh, Chefrechtsmediziner hier in Berlin. Ah, okay. Und der hat schon mal mit nem, ähm, mit so nem, äh, mit nem Autoren zusammen Buch geschrieben. Eins meiner Lieblingsbücher. Und, äh, ist neuerdings halt eben jetzt auch selber Autor. Und er schreibt halt in den Buchen, das ich jetzt gekauft habe, ähm, über echte Fälle, die er bearbeitet hat. Das ist voll cool. Ja, Junge, du kannst die Tür auch nicht öffnen, wenn du sie an der falschen Seite aufdrückst. Du Spast. Junge Mädchen. Girl. Okay. Auf jeden Fall. The body that was in here is apparently not anymore here. It's by. Oh. Ba 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 ba. Okay. Oh, ey. Oh, okay. Ich dachte, das wäre ein Auge gewesen. War es nicht? Nee, es war, glaube ich, so ein Licht. Are you sure? Yeah. Wir können es ja gleich nochmal in der Aufnahme checken, aber es sah einfach nur aus wie so... Kann ich da überspringen? Nee, scheint nicht so. Nee. I can't. Okay. Ah, nicht. Das ist voll ab, fuck, man. Erinnert mich aber jetzt auf vier, wie du schon mal... Ja, oh, ein Ball. Oder eine Kugel. Eine Vase. What is that? It's gone. Okay. Oh, da ist es. Vase. Vase. Okay. Nee, auf jeden Fall habe ich jetzt auch angefangen, das Buch zu lesen. Das ist ganz cool. What's this? Basen. What's this? What's this? Oh. Oh. What? Äh, bodies. Äh, corpses. Dead person. Ist nur Schaumstoff da drin. Ja, ja. Keine Körbe. Es ist nur, die haben noch die Halloween-Deko hängen gelassen. Ach, Mensch. Ja, Mensch, Leute, hängt da mal ab hier. Oh, sie hängen doch ab. Sie hängen doch ab. It's true. Oh, okay. Was macht ihr hier so? Oh, wir hängen hier so rum. Ich nicht. Chillin' hard. Alter. Da ist irgendein Pfeil. Da ist irgendein Pfeil. Das sagt mir der Pfeil. Das ist auch egal. Ich geh jetzt mal weiter. Lauf einfach. Warum sind da so viele Fotos von Augen und so? Dieses Auge looks like so. It's probably, ähm, grad am Kacken oder so. Eww. Oh, hi. They moved! Where the fuck? Oh. What? 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 Ich weiß nicht, was es ist, aber es sieht voll geil aus. What the fuck is that? Könnte von Project Zero sein. Da oben eine Ische und es da drunter herum Eschen. Christ. Himmel. Oh, oh, sind das Körper, die da leicht... Oh! 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 Oh, es sind zusammengenähte... Kann ich da rein? Oh! Oh, es sind zusammengenähte Körper... Nee, zusammengedrahtete Körperteile. Oh! Guck mal, da drunter sind... Oh, da kommt mal, der Kopf ist beschlossen. Ja, Honeyball, Alter. War nicht der... War nicht der hier... Mats Mikkelsen auf dem ersten Cover, äh... Nein, ich glaube nicht. Nee? Ich glaube nicht. Oh, 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 okay. Looks sweet. Was ist das? Kunst? Yeah? Gibt es hier irgendwie sowas wie... Der Name dieses... Ah, da. Nee. Nee, okay, war ja nicht. Ah, da. Hier. Ah, weißt du, weil ich finde, der Typ auf dem jetzigen Cover sieht ein bisschen aus wie Mats Mikkelsen, deswegen bin ich so verwirrt. Da, da ist es komplett. Oh, das sieht voll geil aus. Wenn man vergisst, dass es, äh... Menschen sind. Ja, was steht denn da? Rebirth. Dass es Leichen sind und so und shit. Sieht trotzdem geil aus. Hey, die Tür ist erhellt, ich denke mal, da muss ich lang. Ich glaube, hier... Da, oder? Ich glaube, das ist so ein Game, was dich direkt in die Richtung führt, wo du hinmüsst. Alter, das ist auf jeden Fall schon mal ganz geil, weil dann verschwendest du keine Zeit damit. Hallo, glück da mal. Aha. Tut mir, ich kann leider nicht ganz so ranzig hosten wie du und Chris. I just bought it. Okay. Alter, ihr hättet mal hören müssen, was Steffi vorhin für ein Husten hat. Sie hat sich die Seele aus dem Leib... Ach, das habe ich ihr schon gesagt. Ja, hast du schon. Habe ich schon in einer Episode gesagt. Oh mein Gott. Okay, weiter geht's. Kriege ich eigentlich auch so eine Waffe oder sowas? Ich meine, wir haben es eingestellt, wegen dem automatischen Zielen. Ja. Wir haben ja eine Waffe, oder nicht? Ich kann keine ziehen oder so. Nee, deine Holster sind auch leer, glaube ich. Entschuldigung, ich habe das Tutorial noch nicht dafür bekommen. Ja, aber ich meine, ich dachte, es hätte ja sein können, dass du trotzdem schon die Waffen im Holster hast. Hallo. Wenn du schon auf beiden Seiten... Oh mein Gott, weißt du... Bye-bye. Nein, 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 nein. Ich weiß nicht, habe ich dir schon mal von meinem Albtraum erzählt, der sich immer wieder erholt bei mir? Den ich immer wieder habe? Und viele Parts aus dem Spiel, ja, aus dem Spiel jetzt, sind wie aus meinem Horror, aus meinem Albtraum. Okay. Wie mit den Dingern oder dieses Rebirth-Ding. Hast du Evil Dead schon mal gespielt? Nein, den Traum habe ich, den ersten Mal hatte ich den, als ich im Krankenhaus gelegen habe. Okay. Und das ist wie viele Jahre jetzt her? Eine Weile. Acht. Vielleicht bestimmt, ich habe irgendjemandem den Traum bestimmt erzählt und dann dachte ich, also, durch eine Fügung, weirder things, das ist jetzt alles. Okay. We can't touch them. It's dahin. Okay. Oh, oh. Did it change? Nee, ich glaube, die Perspektive hat sich nur geändert. No, it changed. Yep, it changed. Ja, weil dieses Geräusch, was vorhin war, da sind es auch mehr... Ja, guck. Yep, it changed. Waren es vorher auch schon so viele? Wow, 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 wow. Sorry, wollt euch nicht irgendwie stören. Schlaf weiter, gute Nacht. Die schlafen nur. Ich... Yo, no, oh. Oh, oh. Oh. He got us. Shit. Wo bin ich? Wieder in dem Raum mit den Leichen, nur dass... Can't move yet? Die Leichen weg sind. Yo, I'm scared. Okay. Okay. Yo, I'm scared. No? Du warst wieder ein Pfeil. Irgendwo. Vielleicht ist der Pfeil einfach die Richtung, in die du laufen musst. I don't know. Hello? Just... I don't like this. Oh. Ist das das Bild von uns, was gerade gemacht worden ist? Oh, es ist ein Bild. Ja, aber die Bildung. Ja. Oh, wir sehen uns sehr süß. Was zur Hölle? Sag mal, Aussprache. Who the fuck are you? What? Guck in den Spiegel. Guck nicht noch mal in den Spiegel. Oh, what the fuck? I think we're fighting this shit. Oh! Fuck. Oh! Oh, oh! Ren! I'm running! Ren! Jan! Du sitzt nicht mehr bei Project Zero! Oh, my God, she quick! Ist sie? Ich will nicht zurückgucken. Tu's nicht. Lauf einmal weiter. Jan, doing it! Und jetzt spring da rüber. Spring da rüber. Spring da rüber. Ja. Durch die Tür. Oh! Lauf, 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 lauf. Oh, shit. Oh, my God. Oh, my God. Is she getting through this? Of course! No? Doesn't seem like it. No. Okay. 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 Ich würde trotzdem nicht zu lange da verweilen. Muss ich hier? Oh, super! Oh, da oben. Hoch! 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 Hoch, hoch. Du verlierst gleich den Fuß. Oh. Oh mein Gott. Fuck. Why is she so happy? Oh, ist die eklig. Warum hat die so viele Köpfe? Ach so, die Arme gesehen, die da runter wabbeln? Oh, ist die eklig. Ich denke nicht, dass wir das fighten, sondern er wegrennen. Äh. Ja, ich würde aber sagen, dass wir jetzt erstmal da ein bisschen langlaufen, oder was Adam noch besser gefallen würde. Oh Gott, oh Gott. Ich habe mich vor der Ratte erschrocken, sorry. Oh. Oh, oh. Sorry. Warte, ich bin nur hier raus, ich bin weg von hier. Kann ich das aufmachen? Da, oder? Ja, okay. Ich glaube, du musst nach der rechts jetzt. Ich will nur hier raus. Ich will nur hier raus. Lass mich hier raus. Du klingst schon wie so ein Geist bei Project Zero. Oh. Oh. Oh, I don't want to go. Oh, ich will da nicht runter. Okay. Ja, wir springen da in der nächsten Episode runter. Oder auch nie. Ja, Leute, das war's mit The Evil Within. Oh no, I don't want this. Your hair looks crazy. I am crazy. See ya. Ja, Leute, ich hoffe, euch gefällt es. Denn jetzt Action, so wie Steffi es wollte. Action, Leute. Action, action, action. Ganz langsam jetzt. Kommen wir mal so. Aber trotzdem würde ich gerne wissen, warum und was und so. Ja. Wer wie was. Nicht so laut. Und ich wollte nicht, dass... Wer wie was. Oh, lass auf. Wer wie was. Wieso, weshalb, warum. Wer nicht fragt, bleibt wie steckt.